so willkommen zu einer neuen folge auf meinem kanal rams ist der dicke und das ist das große jodo vorbereitungsevent video also wie ich mich vorbereitet auf die jodo tour dazu nehme ich einmal hier mein handy gehe einmal auf meine items drauf scrolle runter bis ich mein ticket finde und dann drücke ich auf mein ticket drauf wenn ich auf mein ticket drauf drückt steht da 9 bis 21 uhr das ist morgen dann kannst du gold wählen silber wählen ich drücke jetzt auf gold ich wähle die goldene version geh auf zurück und müsste jetzt dann hier die medaille kriegen für die goldene version so das war es von meiner seite aus wir sehen uns beim nächsten mal wieder das war das große jodo vorbereitungsevent video bis dahin peace out vorhaut euer ramses so und jetzt wollen wir das ganze noch kurz ein bisschen ernsthafter betreiben und zwar ich werde trotzdem meine ja was musste was musste machen was musste machen du musst deine pokémon box noch ein bisschen aussortieren du musst deine items ein bisschen aussortieren alles hin und her aber was die ganze zeit die frage war ist natürlich rams ist welche version nimmst du gold oder silber gold oder silber ich will ganz kurz noch mal erklären warum ich jetzt gold genommen habe für alle und ihr könnt auch noch mal drunter schreiben habt ihr gold genommen wenn ja warum und habt ihr silber genommen wenn ja warum und das der einzige entscheidende faktor für mich war jetzt doch gold zu nehmen die medaille an sich ist ich habe die ganze zeit gesagt okay exklusive pokémon bei der goldenen version gibt es halt manntags aus dem rauch neu als shiny bei der silbernen version gibt es neu funpi aus dem rauch neu als shiny funpi hat eine entwicklung sind also zwei shinies bei der silbernen dies mehr gibt als bei der goldenen weil es ja nur das eine manntags gibt gleichzeitig finde ich funpi irgendwie nützlicher ich finde funpi cooler don fan ist ein cooler bodenangreifer und so weiter das war für mich eigentlich schon alleine nur wegen funpi wollte ich die silberne edition nehmen habe sie dann aber nicht genommen weil wenn du es dir recht überlegst werden ja mit der jodo tour alle restlichen jodo pokémon als shiny eingeführt das heißt sobald die jodo tour um ist kann ja trotzdem jedes funpi jedes manntags was du siehst findest überhaupt shiny sein gleichzeitig hat meine freundin ja dann die entgegengesetzte version von mir das heißt sie würde mir schließlich funpi geben ich ihr manntags wenn wir das fangen sollte nicht der große entscheidungsfaktor für mich sein man braucht sich auch nicht entscheiden mag man lieber lugia oder mag man lieber hoho denn die raids sind ja auch für beide versionen da also wer lugia raids machen möchte kann lugia raids machen egal ob der jetzt die gold oder die silber edition gewählt hat wer hoho raids machen möchte dasselbe ihr müsst nicht gold wählen um hoho raids zu kriegen die sind sowieso frei da für alle die jacken ich fand die goldene jacke die es dann gibt beim avatar also die jacke goldene edition mit hoho drauf finde ich sieht cooler aus sieht fetziger aus sieht besser aus als die silberne die so total unspektakulär aussieht aber selbst diese jacken könnt ihr im shop ja dann eigentlich kaufen selbst wenn ich jetzt gold habe könnte ich mir die silberne jacke kaufen wenn ich silber habe könnte ich mir die goldene jacke kaufen fällt also auch weg als entscheidender faktor ansonsten ist eigentlich nichts anders außer halt die medaille die du kriegst weil wenn du silber hast hast du die silberne in deinem inventar wenn du gold hast also die goldene in deinem inventar und ich fand die silberne nicht so schön wie die goldene unabhängig vom pokémon finde ich diese aufmachung hier einfach richtig genial dass du eben diese goldmedaille hast mit diesem roten vogel wie das alles hier rumfliegt finde ich persönlich besser gefällt mir mehr und die medaille an sich der look von der medaille war jetzt entscheidende faktor dass ich nun im endeffekt doch gold genommen habe ansonsten muss ich meine items halt ein bisschen aufräumen wie ihr seht 4300 von 4500 da muss etliches weg ich werde so viele sachen hier noch weghauen 300 rauchs zerre ich darum die man eigentlich nicht braucht 1000 sonder bonbons da werde ich wahrscheinlich noch etliche sitzen zur rute stecken da sind schon 6000 drauf bälle sind ein paar da können ruhig noch ein bisschen mehr hin pokémon ist das nächste große ding gerade noch raids für zuschauer gemacht mit deoxys in der initiative form das shiny bekommen nach dem achten raid damit bin ich jetzt also auch fertig alles bekommen da freut sich dass deoxys guckt euch das an 1074 xl das verteidigungs deoxys noch in 100 prozent mitgenommen gestern habe meine box auf 5500 ich würde euch raten habt mindestens 500 plätze frei henry hat euch auch gesagt hat 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 er hat heute auch gesagt hat 200 plätze das ist nix 500 mindestens ich versuche 1000 am besten 1500 frei zu machen ich muss heute so ausgiebig noch aufräumen ansonsten wird mein großes ziel sein natürlich die einzelnen challenges abzuschließen die es gibt aber im endeffekt ist vorrangig für mich was hat es denn jetzt wieder hier mit irgendeinem standpunkt und gewährung und sonst was für mich vorrangig wird die shiny incognito jagd sein es gibt alle buchstaben die es jetzt gibt in der joto tour können shiny sein aber nur das j ist zum ersten mal dabei was shiny sein kann die shiny kognitos kommen nur aus dem rauch du musst glück haben dass du überhaupt den entsprechenden buchstaben kriegst aus dem rauch dieser muss dann auch noch shiny sein mir fehlt das shiny j das wird für mich das wichtigste pokemon sein das shiny kognito j zu bekommen meine freien pässe die ich habe von der arena werde ich trotzdem für hoho ausgeben da ich schon ein 100 prozent lugia auf level 50 habe aber hoho habe ich nur ein 98er hoho war seit xl bonbons nicht mehr da lugia doch schon ich werde also hoho raids dann machen aber nicht zu viel einfach nur das bisschen was man bei den pässen eben weg machen kann bei den freien damit ich nicht verpasst wenn aus dem rauch ein shiny incognito j irgendwo kommt falls ihr ein shiny incognito j findet und ich keins kriege könnt ihr natürlich gerne nach dem event mit mir tauschen irgendwann aber es wäre natürlich schön wenn man das selber findet vielleicht kriegt ja jemand zwei und sagt ich gebe dir eins ab aber egal ich werde auf jeden fall gucken dass ich viele neue shinies mitnehmen dass ich coole pokemon mitnehmen eintüte es wird dann ein auswertungsvideo kommen alles ich werde das nicht streamen habe ich ja schon mal gesagt dann würde ich nämlich nur hier sitzen könnte eigentlich gar keine raids machen könnte ansonsten nichts machen also fände ich eigentlich total blöd ist der thomas hier eingeladen für für nen raid den werden wir natürlich nicht machen trotzdem grüße an thomas nach gera guckte das an was habt ihr für ziele was wollt ihr unbedingt haben was werdet ihr machen werdet ihr auf die drei raubkatzen gehen die raiden werdet ihr korazon raids machen werdet ihr scaraborn raids nochmal machen weil ihr das noch braucht oder hoho lucia was ist euer ding ich werde meine neun freien pässe an der arena weg machen am besten mit hoho und dann wirklich mich auf das fangen konzentrieren für das shiny incognito ansonsten war es das von meiner seite wir sehen uns beim nächsten mal bis dahin peace out vorhaut euer lennart ist jetzt auch noch dazu gekommen da könnt ihr sich aber gegrüßt fühlen grüße an thomas grüße an lennart ansonsten peace out vorhaut euer ramses und schreibt drunter warum habt ihr euch für eure edition entschieden und welche edition habt ihr lasst uns nochmal zusammenfassen ich will nochmal eure ziele und wie ihr euch vorbereitet habt für morgen erfahren ansonsten viel spaß morgen viel erfolg und wir sehen uns spätestens sonntag dann auch wieder bei raids für zuschauer mit dioxys in dieser form für die shiny jäger 11 bis 23 uhr 12 stunden stream wer dabei sein möchte ciao stream wer dabei sein möchte